I really think you should Hey und willkommen zu einer neuen Folge Guns of Boom Heute möchte ich euch fragen, was soll ich euch in Guns of Boom noch zeigen? Schreibt mir einfach mal Ideen in die Kommentare für mögliche Challenges, für irgendwelche Dinge die ihr noch sehen wollt Ich gebe da jetzt gar keine Ideen vor, sondern ich möchte, dass ihr einfach kreativ seid Ihr schreibt mir einfach immer in die Kommentare, wir möchten mehr Guns of Boom Und ja, jetzt ist es einfach an euch, schreibt doch einfach mal, was möchtet ihr in Guns of Boom denn noch sehen? Möchtet ihr ganz einfache Runden sehen oder habt ihr eine spezielle Vorstellung? Ich bin für jeden Vorschlag offen, ich kann wahrscheinlich nicht jeden Vorschlag annehmen Oder auch nicht jeder Vorschlag wird mir gefallen Aber ich ziehe zumindest alles, was ihr da schreibt, auch in Erwägung und gucke es mir an Von daher lohnt es sich auf jeden Fall mal eine Idee da zu lassen Und wenn ihr wirklich eine gute Idee habt, dann seid zuversichtlich Dann wird das Ganze auch in einem meiner Videos behandelt werden Weil es mir sehr, sehr oft so geht, dass ich gerne eine Runde Guns of Boom aufnehmen möchte Aber nicht weiß, was ich euch denn jetzt genau zeigen soll Auch heute habe ich mir wieder darüber Gedanken gemacht und habe mir dann einfach gesagt Ja, dann frag doch einfach mal, was die Leute sehen wollen Wenn du nicht weißt, was du ihnen liefern sollst Von daher denke ich, dass es auf jeden Fall für euch eine Chance ist, hier mehr mitinteragieren zu können Mehr mitbestimmen zu können Und ich glaube, das ist auch eine Chance, um Guns of Boom nochmal so ein bisschen aufleben zu lassen Vor allem auf meinem Kanal Also generell bin ich der Meinung, dass Guns of Boom bald mal wieder ein Update benötigt So das Halloween-Update ist jetzt zwar erst zwei, drei Wochen her Aber ich habe das Gefühl, um nochmal so einen richtigen Schwung rauszuhauen Brauchen wir direkt das nächste Update Hier ein schöner Doppelkill Mal so die ersten beiden Kills, glaube ich, auch von mir in dieser Runde Ich kann kurz nachgucken Ja, drei habe ich bis jetzt, okay Sieht auf jeden Fall ganz gut aus Wir führen hier mal eine schlechte Granate geworfen Ihn hier müssen wir doch mitnehmen können Das war ganz, ganz schlecht von uns Zum Glück hat unser Teammate da mithelfen können Und ja, wie gesagt, schreibt einfach eure Ideen rein Ich bin offen für alles, es gibt kein richtig oder falsch Von daher seid einfach kreativ Und was auch immer euch einfällt Sagts doch einfach Denn mehr als dass ich es nicht mache, kann ja eh nicht passieren Und ich werde euch auf jeden Fall auch jetzt nicht darunter schreiben Was ist eine Scheißidee oder so Sondern ich bin da einfach für alles offen Und wenn es gut ist, dann wird es auch in ein Video kommen Und wenn es auch irgendwie machbar ist Das heißt, ich kann jetzt nicht irgendwie Sachen raushauen Für die ich dann irgendwie zehn Leute dazu holen muss oder so Und für die ich dann, keine Ahnung, zwei Wochen Planung brauche Also jetzt von einer Idee von einem 24-Stunden-Stream oder so Könnt ihr euch schon mal verabschieden Weil das wird mir im Moment Vor allem während der Schulzeit nicht möglich sein Und auch so wahrscheinlich nicht Von daher sollten die Sachen schon machbar sein Aber ich denke, da habt ihr einfach gute Ideen Und ja, ich will jetzt gar nicht weiter darüber reden Wie gesagt, alles ist möglich Schreibt einfach rein Mehr als nein sagen Mehr als dass ich nein sage, kann ja nicht passieren Und ja, widmen wir uns jetzt einfach nochmal dem Rest der Runde Hier mal eine schöne Granate geworfen Wollte ich fast sagen Dann wurden wir von hinten mitgenommen Wurden dann auch leider weggeholt War nicht ganz so glücklich Wir führen trotzdem Von daher bin ich eigentlich bis jetzt mit der Runde ganz zufrieden Vielleicht können wir jetzt Wo ich mich nicht mehr auf das, was ich sagen wollte, konzentrieren muss Doch noch ein paar mehr Kills rausholen Aber die verkämpfen sich da Von daher muss ich jetzt auch erstmal in der Deckung bleiben Und warten, bis mein Team kommt Sonst wäre das da wahrscheinlich ganz übel ausgegangen Den hat unser Teammate mitgenommen Das war jetzt vielleicht eher unglücklich Aber besser so, als dass ihn keiner mitnimmt Würde ich mal sagen Hinter mir ist einer Den konnte ich jetzt leider nicht mehr mitnehmen War vielleicht ein bisschen zu spät von mir Dass ich mich da erst umgedreht habe Er wurde dann auch direkt mitgenommen Von daher hat er wahrscheinlich nicht mehr so viele Leben gehabt Aber ja Ich bin ein bisschen erkältet Ich hoffe, das nimmt jetzt keinen Einfluss auf irgendwie die Videoqualität Ich denke aber nicht Also so schlimm hört es sich nicht an Von daher Ja, wird das auch schon wieder Und ja, unter dem letzten Video Da kann ich ja noch kurz drauf eingehen Da habe ich ja War Heroes gespielt Ein Spiel, das mir zur Zeit sehr, sehr viel Spaß macht Die Kritiken darunter waren gemischt Manche meinten, ich spiele das Spiel selbst Das ist ja momentan sehr populär Hat glaube ich auch irgendwie Den Platz unter den Top 5 Games im Playstore inne Von daher ist es ein Spiel, das im Moment sehr, sehr viele Leute spielen Viele meinten auch Ja, ich spiele es selber, finde ich gut Mach mehr Videos dazu Die Meinungen gingen aber auch auseinander Weil viele von euch auch wirklich nur Guns of Boom Fans sind Und die fanden das Ganze dann natürlich nicht so toll Ja, ich würde einfach sagen Wir gucken dann, dass wir die Runde noch ganz kurz beenden Und dann haben wir das Ganze eigentlich auch schon rum Und ja, ich weiß noch nicht genau Ob ich dann noch mehr Folgen War Heroes bringen werde Ich denke schon, dass die ein oder andere Folge euch noch erwarten kann Ich bin auch mal gespannt, wie schnell das hier mit euch geht Wie viele Ideen so zusammenkommen Wenn ich wirklich eine richtig gute Idee habe Dann kommt auch ein Video dazu Aber seht es mir auf jeden Fall nach Wenn ich zwischendurch auch noch ein War Heroes Video mache Weil mir das Spiel wirklich einen Riesenspaß macht Und ich im Moment wirklich da mitfieber Und mich immer wieder freue, wenn ich da Kämpfe machen kann Und ja, ich denke, so schlimm ist es jetzt auch nicht Und ich denke, es ist auch ganz anschaulich, denke ich Ja, jetzt habe ich genug Denk ich verwendet Jetzt haben wir das Ganze gewonnen 500 zu 406 war nicht meine glorreichste Runde Das Team von mir hat sehr, sehr gute Arbeit geleistet Und ja, ich würde einfach sagen, das war es von dem Video Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin, haut rein Tschüss Bis dahin, haut rein Bis dahin, haut rein